Und damit herzlich willkommen zurück zu, ach du scheiße, ähm Minecraft natürlich Ja, ähm wie gesagt TNT, äh hast du schon unten Ähm Minecrafts Bleak heißt das, genau Was möcht ich denn Ruhe, ich hab gar nichts getan, ich will euch doch auch noch alle tot sehen, wer ist da unten ne Typ Oh das TNT, da sollte ich lieber nicht hin, ist ein bisschen gefährlich, aber wir haben noch 18 Plagas übrig, 20 Leute sind es glaube ich immer, die hier mitspielen Ja das ist mir, sind wir noch ein bisschen zu viel, ich anfange aktiv mit zu schießen, aktiv mit zu schießen Deswegen warte ich da mal lieber noch ein weichen, bis sie sich alle gegenseitig runtergeballert haben Ah 17, das dauert über lange wahrscheinlich, weil die latschen sich alle nur hier rum Na, da ist der nächste unten, sehr schön, schon mal alle von der Ebene hier runterjagen Ich hab mich fast selbst runtergeschossen anscheinend Ist total lustig, ey, wenn man selbst nicht schießt, dann schießt die auch nicht auf Wenn man anfängt zu schießen, dann sind alle gegen einen Total cool Es gibt ja kein TNT-Block mehr, ihr seid so langweilig Er wird bestimmt gleich ein Suizidschaf kommen Wenn sich sowieso schon eins gekommen ist Ist der Ernst ja gerade wieder hier hochgekommen Ah ja, hier Okay, das wäre ja noch ganz easy also Also bei acht Leuten etwa werde ich dann Mit eingreifen, wenn es mir dann überhaupt noch möglich ist Er macht das schon, habe ich so das Gefühl Und der nächste, und der nächste Na Emo, was willst du mir? Komm, immer schön rennen in die Blöcke Immer schön rennenjumpen Aber ich hinschieße, mein holy shit Kommt, Leute, ein bisschen Action hier rein Oh, der ist wieder nach oben Das wäre ich aber auch Wow Kleiner Penner, du kommst hier nicht mehr hoch, Mann Kleiner Penner, ey Ich glaube, der ist böse auf mich Scheiße, jetzt hochkommen Die Map ist ziemlich ausdauernd, muss ich sagen Da halt die Leute wirklich eine ganze Weile durch Einfach mal wieder hochkommt Das finde ich natürlich nicht so toll Ob wir es auch mal machen Ich verstecke mich einfach mal Ah, hat mich gesehen Das heißt, es gibt keine Maschinenkanone oder so Eine Maschine Einmal so 500.000 Eier pro Sekunde schießen Drei nur noch, ach du scheiße Ich depp Ich bin so ein Vollhorst Ich verstecke mich mal hier hinten Hier sieht mich keiner Hier sieht mich keiner Scheiße Ich muss dann wirklich parallel zu denen laufen Scheiße, ich komme nicht mehr hoch Naja, nee, ist uncool Zweigen ein, das ist nicht toll Vielleicht gewinne ich ja gegen beide, das wäre echt geil Eins plieb mal gewinnen Ich schieße auf mich Ach Leute Au, hör auf damit Ich hab dir gar nichts getan Nein, gar nicht Warum auf mich Geh auf den anderen Kann ich jetzt nicht nur jumpen, ist auch kein Ding Irgendwann wird einer von uns schon runterfallen Ich hab da kein Problem mit So lange hier keine Oh, scheiße So die T-Chapel kommen wir auch noch Verpiss dich, Mann Ich will nur gewinnen Ey, lass dich in Ruhe So ein Penner Ach, nö Fick dich Warum das denn Das Game mag mich nicht mehr, glaube ich Ich kann keine Chat-Messages senden Es liegt bestimmt daran, dass ich Hier, Check-Comments-Only Schon, da Ach, jetzt geht's Ach, fuck Das ist doch ein Penner Ein unglaublich, unfassbar Kack-Penner, ey Ohne Scheiß Na gut Das war mal wieder eine Runde Splitsch Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dann Ciao, ciao Vielen Dank fürs Zuschauen